Michelle überraschte alle kürzlich mit ihrer Liebeserklärung auf Instagram. Sie ist mit dem 26-jährigen Schlagersänger Eric Filippi zusammen. Kommt es bei Michelle und ihren Geliebten jetzt zu einem romantischen Liebesduett? Die beiden Musiker treten bei Florian Silbereisens Schlagerboom Open-Air-Show auf. Werden wir sie auch zusammen auf der Bühne performen sehen? Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, denn die Turteltauben traten bereits auf Michelles Tour gemeinsam mit den Songs Idiot und Nichtverdient auf, wo sie sich dann auch verliebten. Michelle ist hin und weg von ihrem Eric und gesteht gegenüber Bild. Nichts ist so stark wie die Liebe. Gerade dann, wenn man sie nicht erwartet. Wir sind unzertrennlich seit dem ersten Tag. Tatsächlich traf das Liebespaar vor seiner Beziehung immer wieder bei Silbereisens Shows aufeinander. Wäre der Schlagerboom Open-Air nicht dann die perfekte Gelegenheit, ihre Liebe groß zu zelebrieren? Neben Michelle und Eric Philippi sind auch Stars wie Beatrice Edli, Ben Zucker und Megastar Anastasia bei dem Schlagerboom Open-Air zu erwarten. Die Show läuft am 1. Juli ab 20.15 Uhr im Ersten.